Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hey, noch 5 auf Legendär. Wir haben zwei Werte heute zu besiegen. Wir haben einen Kontrollpunkt gerade bekommen, das ist nice. Und ich weiß noch nicht, wie wir das angehen werden. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Ich wage mich mal ein Stück weiter voraus. Noch einen Kontrollpunkt. Kommt auf zum letzten Gefecht. Das letzte Gefecht, das hört sich schon mal... Holy shit! W. T. F. Ich glaube nicht, dass du mich hast. Okay, der Springer geht ab. Heilige. Okay. Der muss zuerst dran glauben. Alter Schwede. Jetzt kommt er auch noch. Was ist da gerade passiert? Okay, Freunde. Ich denke mal, das hier wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Okay, was habe ich? Ich habe ja den hier, ne? Vier Schuss davon. Ich glaube, das macht hier nicht wirklich was aus, oder? Direkt der Treffer auf den Springer. Wenn wir grünen festzuladen. Vielleicht keinen Schritt zurück. Tja. Das kommt davon. Kontrollpunkt. Okay, wir haben doch einen Kontrollpunkt bekommen. Da hinten ist so ein Bastard. Und da ist der Typ. Natürlich, wie sieht der mich an? Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das hier hinkriegen soll. Ich brauche einen Plan, aber ich habe keinen. Plan. Plan. Wo nehme ich jetzt einen Plan her? Ich glaube, das Ding wird nicht ausreichen für das, was ich machen muss, ne? Ah, nicht wirklich. Es bringt gar nichts gerade. Kann hier die einzelnen kleinen Crawler fertig machen, ja. Der Typ, der ja da hinten ist, der hat auch seinen Spaß. Kommt auf zum letzten Gefecht. Nein. Vorsicht, Menschen. Sie sind umzingelt. Was haben wir nur gemacht, bevor wir sie hatten, um uns sowas zu sagen? Fuck, lauf einfach zurück. Heilige Mutter Teresa. Oh, wo kam der denn her? Okay, wenn wir von hinten treffen, sind sie natürlich sofort tot. Okay, umzingelt sei das Scheiße. Vorsicht, Menschen. Sie sind umzingelt. Was haben wir nur gemacht, bevor wir sie hatten, um uns sowas zu sagen? Bleib zusammen, wir haben Vail verloren. Jetzt haben die auch noch... Ah, mein Ghost da stehen, ne? Tanaka gefallen. Neu formiert. Den kann ich vielleicht ein bisschen benutzen, um die Leute auf Abstand zu halten, aber... Wir haben Vag verloren. Wir sind zurück. Irgendwo endet's dann auch, ne? Jetzt sind sie da hinten, die Pisser. Wir haben einen Kontrollpunkt. Komm mal hin. Ich denke mal, hier im letzten Gefecht kriegt man sehr viele Kontrollpunkte. Ich muss gucken, wie ich mich nach vorne durcharbeite, ey. Zum Glück checkt der Typ da hinten nichts. Und lässt sie einfach mal abschießen. Ich hab so das Gefühl, es kommen immer wieder neue nach. Aber ich kann mich auch irren. Okay, ich steck ab. Okay, der war schon offen. Ähm. Mir fällt ehrlich gesagt gerade nichts aus. Ich hab jetzt, glaub ich, einen Springer. Der ist natürlich ein Keks für heute. Und der macht gleich schon seine Ultimative wieder. Nice. Aber da ist noch einer. Nicht nur das. Okay. Kontrollpunkt. Nein, 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 nein. Ach Gott. Ach Gott. Kontrollpunkt. Okay, immerhin. Wir haben hier auch noch ein paar Waffen. Wo wir jetzt einen Kontrollpunkt haben, kann ich mal nach vorne stürmen. Nicht, wenn der ständig seine ultimative Fähigkeit macht. Ey, dieser Pisser. Die Crowder helfen wir auch. Wir hören mal kurz noch die Munition. Glaub ich wurde gerade verfolgt. Ich bin mir aber nicht so sicher. Okay, ich hab hier noch ein bisschen Munition gefunden. Ich kann nur hoffen, dass die beide, äh, ja, nicht so viel Leben haben. Und das ist auch wahr. Ein Krater schießt noch weg. Wir hören das heute vor blutrünstigen Aliens und wir müssen auf diese Ameisen ballern. Der Crowder ist tot. Oder doch nicht. Wieso hat er so schnell Leben verloren, ey? Und jetzt nicht mehr. Hätte ich unendlich Munition? Ihr habt ihn bestimmt verletzt. Weiter suchen. Wäre das gar kein Problem. Okay, Kontrollpunkt. Nehme ich gerne. Jetzt er weg. Aber ich brauche Munition. Ich brauche Muni. Ja, das war's dann wohl. Er ist wieder da. Wenn wir einen kriegen, ist das ja kein Problem. Können wir doch wenigstens nach links laufen. Haltet die Ameisen von mir fair, ey. Fantastische Arbeit, Menschen. Der Werte ist außer sich. Ist er halt auch tot? Nö. Ah, Glückwunsch. Er ist in Ordnung, Hilfe. Alles in Ordnung, Otterdake. Danke für die Hilfe. Nein. Panzerungsausfall. Das war's, Locke. Komm zurück, du mieser Feigling. Kontrollpunkt. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt. Das heißt, ich wage mich nochmal nach vorne. Dann stehlt ihr eben jämmerlich in euren Verständen. Ich schüttere. Um ihn herum und verschießt nach unten. Außer Hilfe. Bitte schön, Spaten. Danke. Danke, Spaten. Ich weiß genau, wo ihr euch versteckt. Ich denke mal, er sagt Schlampe. Lauf, Schlampe. Oh Gott. Brauche Hilfe. Noch Unterstützung. Zerstörung. Wieder auf den Weinen. Danke. Ich weiß genau, wo ihr euch versteckt. Ich bin genau vor dir. Depp. Okay. Wir nehmen einfach alles, was wir haben und schießen auf ihn. Oh, das kam gerade von hinten. Wir kriegen verdammt viele Kontrollpunkte. Wahrscheinlich, weil die hier echt unendlich kommen. Das ist eigentlich nicht zu fassen, ey. Dann stehlt ihr eben jämmerlich in euren Verständen. Ich weiß genau, wo ihr euch versteckt. Leute, helft mir. Meine Panzerung blockiert. Schön. Lauf, Schlampe. Nein. Wie so ein Crowler alles vernichtet hat. Oh, egal. Wir haben ja gespeichert. Nimm dich. Ich weiß genau, wo ihr euch versteckt. Angegnot. Na Gott, das ist noch ein Probitianer. Okay. Hilf auch mit ihr. Oh, der ist hier. Die Generäer hat ein Ur-Verblick. Okay, das wäre natürlich geil, wenn er... ...jemand mich beleben würde. Keine Sorge, Lock. Ab dich. Keine Dank, Hespa. Wo ist er hin? Aber das war so ideal, dass er hier war. Kontrollpunkt. Los, Schlampe. Wem der dich gibt ein Urteil nach? Heute? Nun... Ihr könnt euch nicht verstecken. Nein, so knapp. Aber wir sind schon weit gekommen. Wir sind weit gekommen bei diesem Gegner. Wir müssten den da hinten ausschalten. Weißt du was? Wir machen einmal einen auf YOLO. Okay. Wer weiß, das kann noch funktionieren. Es kann noch funktionieren. Oder auch nicht. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach viel zu viel, ey. Okay. Wie machen wir das jetzt? Hier sind doch keine versteckten Waffen oder so, ne? Oh Gott. Maure Hilfe! Meine Panzerung blockiert. Okay. Da kam einfach mal zweimal diese Udi angerannt. Naja gut. Halb so wild. Was hatten wir hier an den Seiten? Das finde ich nicht so nett, dass du da daraus guckst. Ich würde gerne die Munition für den hier auch sparen, ey. Dann macht er einfach die Ulti nochmal. Oh Gott. Ich würde sagen, du bist doch so gut wie tot. Einer weht feuert auf den Wärter. Okay, einer ist weg. Kontrollpunkt erreicht. Das heißt, wir können uns jetzt links durchbahnen. Er muss da dieses, so ein Standardgeschütz. Da ist der Typ. Achso, das war kein Geschütz. Oh Gott. Nein, er hat mich erwischt. Sollte ich ihn auch nicht ausweichen, ihr seid mich wiederbleiben. Oh Gott, er will mich. Oh. Jetzt will er mich. Weil ich ihn die ganze Zeit Schaden mache. Jedes Mal, wenn wir so einen fetten Gegner platt machen, kriegen wir auf jeden Fall... ...einen Kontrollpunkt. Wie arm sehen Sie, wenn ich das aussah. Das hat ihn gar nicht interessiert. Oh Gott, er will mich. Okay, sein Rücken ist offen. Können wir jetzt den Rücken erwischen? Ist er tot? Wer ist der Nächste? Einige. Vail, was machst du da hinten? Wieso bist du da hinten tot? Haben wir noch mehr Munition für uns? Nicht wirklich, aber wir haben einen Kontrollpunkt. Also doch. Ich wusste doch, dass der da ist. Die Waffe, die wir haben, reicht nicht dafür aus. Meine Herrschaft, du wirst verschwinden. Oh, der Dude ist hier. Keine Sorge, Lok. Ab dich. Wieder viel weiter. Irrelevant. Irrelevant. Erzählte. Künste sind beeindruckend. Bald wird der Wärter besiegt sein. Oder zumindest diese Körper. Der Wärter selbst? Oh, achten Sie nicht auf mich. Sie schlagen sich sehr gut. Sie schlagen sich sehr gut. Deine Mutter schlägt sich auch sehr gut. Sind natürlich alle wieder tot, ne? Nee, nicht. Oh, Mann. Was ist denn Stress hier? Was ist denn Stress? Macht da jemand seine Ulti? Habe ich deine Ulti vernommen? Dann sterbt ihr eben in euren Verstecken. Komm, bringen wir den da hinten um. Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich bin dabei. Nicht nur der Hauptmann-Kollege. Du bist okay, Mann. Du bist okay, Mann. Oh, Kontrollpunkt. Oh, Kontrollpunkt. Okay, mal jetzt haben wir eine gute Ausgangsposition, wo wir ihn richtig gut fertig machen können. Und wir haben eine Sniper. Und wir haben eine Sniper. Dann ist der auch schon mal weg. Das Geschütz könnte man ihm klauen. Garantiert nicht. Ihr könnt euch nicht verstecken. Nö, aber ich kann mich in Deckung bringen. Fast geschafft. Kämpfen Sie weiter. Oh, ich habe keinen Wunscher mehr. Geht auf! Diese Waffen werden dich nicht retten. Ich werde mich der Sache selbst annehmen. Ja. Ausgezeichnet. Der Werter ist ziemlich gedemütigt. Da bin ich sicher. Ach. Können Roboter Demut fühlen? Oh. Der Werter ist kein Roboter. Ich dachte, das wüssten Sie. Was ist das? Mir nach. Ist das eine KI? Ne, eine KI ist auch ein Roboter. Was ist denn der Roboter? Was ist der Werter denn sonst? Keine Ahnung, aber wir haben es geschafft. Mehr will ich gar nicht wissen, du. Alles gut. Boah. Da, die anderen. Chief! Bitte, halt. Cortana ist gefährlich. Ich weiß. Sie müssen das nicht allein machen. Wir können Ihnen helfen. Dafür ist es längst zu spät. Cortana. Nein! Oh nein, sie hätte ihn nicht so nah an sich heranlassen dürfen. Das wird der Werter nicht länger dulden. Rückgewinnung. Wo sind wir hier? Cortana. Was ist das? Cortana, antworte. Du bewährst ihnen eine Audienz. Du riskierst alles im Namen von... Was? Cortana? Werter, halte dich. Sie wollen deine Pläne ungeschehen machen. Sie werden deine Wächter vertreiben. Lass uns allein, Werter. Nein! Okay. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass er hier eindringen kann. Genug, der Spielchen. Du hast die Wächter hergebracht. Wozu? Die Blutsväter verwendeten Wächter, um aufständische Welten zu befrieden. Ich habe das Gleiche vor. Du willst was? Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden. Ich habe noch viel zu tun, John. Komm zu mir, schnell! Als du nach Genesis kamst, Cortana, schwur ich dich zu beschützen. Der will kämpfen, Team Blau. Das kann er haben. Mein Schwur geht, Blau, auch wenn du dich zur Wehe setzt. Was ist denn los hier? Jetzt widersetzt er sich, Cortana? Darf er das? Na toll. Natürlich hast du deine scheiße R. Master Chief oder R geht ja nicht, ne? Oh, Drexel, verzieh dich. Ich mag dich nicht. Okay, der ist schon mal weg. Der ist es gut. Hören wir gleich nochmal den Typen besiegen müssen, den Wächter? Bissen wir jetzt 50 Mal hinterher nur besiegen, oder was? Nein, eigentlich ist das Viech weg. Okay, gehen wir auf die andere Seite. Mir geht so dezent die Munition für alles aus. Aber egal, hier liegt ja überall was rum. So, zack. Oh. Das war wohl ein bisschen zu viel geholt. Na, da kommt schon Linda. Linda, auf dich kann ich mich verlassen. Auch wenn du total komisch aussiehst. Jetzt sind sie schon hier, ey. Okay. Oh, das ist noch ein Springer. Oh, das ist noch ein Springer. Der Trollpunkt. Nein. Ich wollte es riskieren. Egal, aber die Jungs kommen schon. Alice in Ordnung, Alice okay. Außer, dass natürlich Kelly tot ist, aber egal. Dinge passieren, Freunde. Dinge passieren. So, hier haben wir genug Munition wieder. Es sind gleich zwei Springer. Erstmal alles andere beseitigen, würde ich sagen. Achso, das Ding ist kaputt. Holy shit, was war das? Ui. Gebt euren scheiß Raketen. So finde ich keine Granaten für euch. Ah, Granaten. Ich brauche Unterstützung. Feuert auf diesen Traveller. Ich helfe dir. Ja, dann mach es doch. Ich brauche Hilfe. Schuhe unter. Geht wieder. Okay. Alarm im Anflug. Nein. Oh Gott, ist das scheiße schwer hier. Nehmen wir den Springer unser Besuch. Du musst dir jetzt diese kleinen Kackviech hat erledigen, ey. Du bist kein kleines Kackviech. Da flog etwas ganz, ganz nah in meinem Kopf vorbei. Boah, bewegt euch bitte nicht immer wieder. Da kann ich euch doch nicht treffen. Na, ich muss noch einen. Nur loswerden. Nur einen. Was machst du denn da, Linda? Super, Linda ist tot. Aber einer ist auch tot von denen. Ach, Kelly. Kelly und Linda. Ihr seid schon zwei so Spezies, ne? Wir haben Linda verloren. Geht in Deckung! Ach, shit. Ihr habt alles verloren. Ihr habt fast den ganzen Kampf verloren. Schweine. Oh Mist. Ach so. Ich dachte, bei mir ein Springer. Okay. Oh, hat irgendwas geglüht? Aber egal. Wenn ich sie jetzt von hinten erwischen könnte, du. Wie easy wäre das dann? Ui. Ui. Nein. Systemsparrer. Nein Mist Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge Und eventuell ist das dann die letzte Ich bin gespannt, der Zerfall, erreichen Sie Cortana Hau rein, euer Zero, tschüss